Auch wenn es Fasching ist, wir haben heute die schöne Wirbelwindfigur, die wir euch erklären. Die geht folgendermaßen. Wir starten aus der Doppelhandhaltung. Der Herr führt die Dame ins Körbchen, dann raus. Und wir wechseln die Position in der Kreuzhandhaltung rechts zu rechts. Die Dame dreht nach rechts und den beiden Armen durch. Ein, zwei, ten. Da selber zurück. Und nochmal nach rechts. Und jetzt kommt der Herr ins Spiel. Er geht unten drunter durch. Die Dame nochmal nach rechts. Und nochmal nach links. Und wir lösen auf und kommen wieder in die normale Tanzposition. Das war unsere Werbelin-Figur. Gerne, freuen Sie uns für mehr auf uns am Kanal.